Schönen guten Abend, willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Nicht eins, sondern gleich sechs Fahrzeuge der Bielefelder Polizei sind in der vergangenen Nacht gleichzeitig abgebrannt. Auch wenn sich die ermittelnden Beamten heute noch nicht festlegen wollten, man kann es sich bei diesen Bildern schon denken, es spricht einiges für einen Brandanschlag. Heute gab es für die Beobachter im Paderborner Prozess, um die Foltermorde von Höxter Bosseborn wieder einmal harten Tobak zu verdauen. Ein Gerichtsmediziner sagte aus, wie das erste mutmaßliche Opfer von Angelika und Wilfried W. ums Leben kam. Außerdem spielte die Vorgeschichte von Wilfried W. eine entscheidende Rolle. Der präsentiert sich im Prozess ja selbst nach wie vor gerne als Opfer. Nächste Woche geht der Prozess in Paderborn weiter. Wir werden das natürlich weiterhin für Sie beobachten. Die Roboter der Uni Bielefeld sind amtierende Weltmeister, und zwar in der Haushaltsliga, also sowas wie die besten Begleiter im Haushalt. In der nächsten Woche wollen sie in Japan den Titel verteidigen. Dafür wird jetzt noch fleißig geübt und programmiert. Und unser Reporter Stefan Leiven ist heute an der Uni Bielefeld und guckt ein bisschen zu. Stefan, der sieht aber ganz freundlich aus. Das bist du nicht, das weiß ich. Schöne Grüße von hier. Danke schön, Stefan Leiven. Und dann müssen wir alle Englisch lernen in Zukunft, damit wir dann die Roboter auch verstehen, fürchtig. Ja, bei uns ist diese Woche Erdmännchenwoche. Die Tierchen gehören ja zu den Stars in jedem Zoo. Und auch im Safari-Park Stukenbrock sind sie einer der Hingucker. Dort wurde gerade der jüngste Nachwuchs geboren, und Sie können die Kleinen hautnah kennenlernen. Wir verlosen nämlich einen Tag als Erdmännchenpfleger im Zoo Safari-Park Stukenbrock. Mehr dazu gleich. Vorher wollten wir wissen, was uns Menschen eigentlich ausgerechnet an diesen Tieren so fasziniert. Und deshalb haben wir bei zwei Experten nachgefragt. Ja, und Sie können die wilde Familie am Freitag kennenlernen. Denn einer unserer Zuschauer darf dann einen Tag lang Erdmännchenpfleger sein. Wenn Sie das gerne wären, dann brauchen Sie jetzt nur genau aufzupassen. E-Mail an studio.bielefeld.atwdr.de oder gerne auch über unsere Facebook-Seite. Dort können Sie sich das Video von eben auch immer noch mal wieder anschauen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir dann, wie gesagt, den Tag als Erdmännchenpfleger im Zoo Safari-Park Stukenbrock. Viel Glück. Ja, und damit sind wir bei den Nachrichten. Seit 18 Uhr sind die Experten des Kampfmittelräumdienstes dabei, eine Fliegerbombe in der Bielefelder Nordstraße zu entschärfen. Die 250-Kilo-Bombe wurde am Morgen bei Bauarbeiten entdeckt. Paderborn bereitet sich auf das Libori-Fest vor. Polizei und Stadt haben auch das Sicherheitskonzept für das traditionelle Volksfest überprüft. Am Samstag geht es dann los. Soll ich noch kurz die Haare richten. Sie ist ein Top-Modell und wird trotzdem eher gehasst als geliebt. Die Blitzanlage am Bielefelder Berg direkt an der A2. Die Fotos sind schön, die Anlage sehr zuverlässig. Wenigstens die Stadt Bielefeld kommt da ins Schwärmen. Kein Wunder bei rund 6,5 Mio. Euro an Bußgeldern jedes Jahr. Und ab jetzt wird die Anlage sogar noch schärfer. Vom Bielefelder Ordnungsamt ist jetzt Hartmut Filmer zu Gast bei mir im Studio. Schön, dass Sie da ist. Das heißt, jetzt darf da jeder so schnell fahren, wie er will. Freifahrt, eben nichts passiert. Das Ganze hat einen ernsten Hintergrund. Ihr Kollege im Film hat ja gerade eben schon gesagt, was sein Lieblingsfoto war. Oder dass er sich am liebsten erinnert. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie haben bestimmt auch schon einiges gesehen. Auf den Bildern dann was zusätzlich entdecken. Also nicht nur die Geschwindigkeitsüberschreitung, sondern jemand mit Handy in der Hand am Ohr oder jemand, der nicht angeschnallt ist. Womöglich sogar ein Kind, wie Sie eben schon gesagt haben. Gehen Sie da dann auch weiter gegen vor? Oder reicht da die Geschwindigkeitsüberschränkung für die Ordnungswidrigkeit? Einer der Gründe, warum dieser Blitzer am Bielefelder Berg bundesweit wahrscheinlich der bekannteste ist, ist, dass ja so viele Prominente da auch immer wieder reingeraten. Also hier der Sänger Peter Maffei, Alexander Prinz zu Schaumburg-Lippe, auch die Schauspielerin Sophia Tomala oder Simone Tomala, besser gesagt, wurden da schon erwischt. Gibt es da in letzter Zeit neue, die da reingeraten sind? Die Zahlen derer, die geblitzt werden, gehen gar nicht so unbedingt zurück in den vergangenen zehn Jahren, seit es den Blitzer gibt. Wie erklären Sie sich das? Jeder müsste doch eigentlich wissen, dass es den da gibt. Es gibt ja so ein paar Sachen, die man in seinem Leben angeblich unbedingt mal gemacht haben soll, oder? Da gibt es einen Baum zu pflanzen, gehört zum Beispiel unbedingt dazu. Genau das machen Esther und Florian Engel jetzt in unserer Gartenzeit. Wie das genau geht und worauf man achten sollte, das verrät Ihnen Rüdiger Ramme. So, und jetzt lernen Sie bei uns noch diese beiden hier kennen und ihre Großfamilie. Das sind Tanja und Luis, das ist der Weiße hier direkt neben mir. Die beiden Schneeäulen im Tierpark Olderdissen sind gerade Eltern geworden. Ja, und ob es morgen auch genügend Sonne für uns alle gibt, das sehen wir jetzt. Die Wetteraussichten. Rose bei uns. So, und zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht für Sie. Denn wie wir gerade erfahren haben, ist die Bombe in der Bielefelder Nordstraße ohne weitere Probleme entschärft worden. Damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hier geht es weiter mit der Tagesschau. Bis morgen.